Wir haben mit dem ZSC gönnen. Gönnen Sie mit uns. CA-Media, Ihr Partner für Web-TV, Image-Videos und Event-Reportagen. www.camedia.ch www.camedia.ch Nattel. Ich habe auch ein Nattel, aber für mich ist es nur zum Telefonieren und SMS schreiben, wenn ich mal ab und zu eins kriege. Walter Scheibli, Klassiker, kennt man gut aus dem Radio und ist spannend und lustig zu ihm zuhören. Danke. Den Meisterpokal haben wir jetzt endlich mal diesen Frühling wieder mal geholfen. Das war super toll. Kinder? Ich habe keine. Und ja. Ich glaube in nächster Zeit auch nicht das Thema. Das ist ein guter Ausgleich zum Sport und gut zum Erholen und einmal ein bisschen abschalten. Fastfood, ja, Burgers und so habe ich ziemlich gerne und muss auch ab und zu sein. Liegt rein? Ja. Ob es rein liegt, weiss ich nicht. Also, ich bin jetzt nicht gleich der Schlankste, aber das sind so Sachen, wo ich nicht verzichten möchte. Ich bin mit der Sch prüroren. Es ist ein guter Segerin. Mit dem Pokal im Tram. Ich glaube, er hat ihm gut getan. Jetzt kann er, glaube ich, ein Jahr lang zu guten Konditionen dran fahren. Ja, Nordamerika, NHL, andere Ligen, wahrscheinlich die beste Ligen auf der Welt. Was soll ich dazu sagen? Auf jeden Fall. Mich interessiert schon noch nicht nur NHL, aber allgemein, was in einer anderen Ligen läuft. Jassen mache ich auch gerne und jetzt ist, glaube ich, wieder Platz frei gekommen im GAR. Mal schauen, ob ich dann auch mitspiele. Pamela Anderson war bei allen in ihrer Kindheit recht beliebt und hat gut ausgesehen und ja, keine Leidung. Wir haben mit dem ZSC dürfen gönnen. Gönnen Sie mit uns. CA-Media, Ihr Partner für Web-TV, Image-Videos und Event-Reportagen. Wir haben mit dem ZSC dürfen gönnen. Gönnen Sie mit uns. Kollege, ich bin ganz gut. Wir haben mit einem anderen Ligen.